Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIII. Weiter geht's. Erstmal das Gestalium. Die Gestalpunkte alle wieder ausgeben. 32.000 ist schon was? Ist ne Menge? Ah ja, war hier beim Manipulator. Angriffskraft. Hm, fast. Ein bisschen Magie pushen. Ah! Äh, 1500 Magie. Moment, ich war hier nicht beim Verheerer. So, und hier jetzt weiter. Mal gucken, wie viel Leben der hier noch kriegt. Hehe. Auf jeden Fall noch ne Menge mehr. Ich hab zur Zeit einen Mio-Kreiz, weil hier viele Mücken sind. Im Zimmer. Hey, wo? Ich bin ja dort gestochen. Und das ist nervig. Auf zu den Aufgaben da hinten. Ich bin ja da hinten. Ich bin ja da hinten. Ja. Oh. Oh! Oh! Irgendwo hier? Ah, hier! Was ist denn das? Also, irgendwo auf der immergrünen Wiese ist das, aber wo? Jetzt ist die Frage, wo ist er denn? Da! So, ein Gebirge weiter! Zwei Stück! Oh! 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 Okay! Jetzt muss ich erstmal wieder in... Chocobo holen! Nope! Oh! Huh! so wie darauf ja natürlich sehen die mich erstmal hast und so alles ich weiß ja nicht wie stark sie sind oh nein ich hab das Gefühl ich weiß was sie sind das sind die Gegner die ich hier in Herausforderung dahin okay 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 ein versuch doch natürlich die dein sofort okay das lass ich sein da hab ich mich fast verdrückt das ist ein kampf den ich nicht schaffen werde definitiv nicht das werde ich auf jeden fall nicht machen moment ich wollte nicht hier ran ich wollte so ein schokobo ja 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 so also das wär der hier gewesen ne juggernout ist schon eher was und wehe sind jetzt zwei stück ja 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 so teleportor ich bin da Hm, man muss... Gut, man muss nicht unbedingt absteigen, um das zu machen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das erspart mir was. Ja, du bist mir gerade ein bisschen im Weg. Nope. Überraschung. Okay. Könntest du nach oben gehen? Endlich. Okay. Okay. So, jetzt müssen wir, müssen heilen und müssen uns aufpuschen. So, Juggernaut, wenn, dann geh auf mich. Er ist bei Mut, der Panda. Und so pushen. So, jetzt wird erstmal hochkommen. Ein paar Nea-Deep-Effekte auf ihn draufgepackt. Ein bisschen heilen. Und jetzt Blitzschlag. Und jetzt wieder ein paar Negativ-Effekte. Er ist jetzt permanent damit beschäftigt. Sich zu reinigen. Mit Schlag. Und besiegt. Juggernaut sind kein Problem. Königswehr, okay. Und jetzt wieder Teleportation. Und jetzt wiederholen. So, die Aufgabe ist erledigt. Auf zum nächsten. Was? Wo können dauernd diese Gegenstände her? Na, was hast du denn da gefunden? Haha. Ein Brockenmilarit gefunden. Und... Achso, das war das! Da ist ein Kaktor! Also mit den Großen hier leg ich mir nicht an. Der ist einfach zu hart. Okay, da muss ich in den Turm wieder hin. So, jetzt muss ich wieder zum Teleporter. Und das auf dem schnellsten Wege. Schon wieder? Schon wieder? Schon wieder? Ich habe hier in meinem lassen. ...Vol. Ich glaube, das ist das nicht wahr. Ich fühle mich hier nicht an. Und das war ja. In der Zeit war ja das Schrauben, weil ich mich nicht noch so gut tun kann. Ich fühle mich hier nicht an. Also bin ich mit den Brücken? Ich fühle mich nicht an. Ich fühle mich an. Ich fühle mich. Du... 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 Anscheinend nicht hier oben. Wo? Wo? Häih?! Ach hier! Brockencobalt ist gut Kommt ja irgendwie an da was neues hin Was? Graben! Graben! Na was ist das denn? Ja So und jetzt zurück Das hier andauernd neue Sachen erscheinen Bevor ich aber die Mission weitermache werde ich erst bespeichern Und ich mach jetzt hier erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part Ja 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 Das ist jetzt